Volker, was ist das Besondere an deinen Weihnachtskonzerten? Ja, ich habe ja mein Programm mitgebracht, das heißt 24 Türchen. Und ja, es ist ein aktives Mitmachkonzert. Das ist glaube ich das, was mich wirklich auszeichnet, dass ich die Kinder von Anfang an ins Geschehen mit einbeziehe. Sie können mit singen, sie können mit tanzen. Aber da es eben ein Familienkonzert ist, möchte ich natürlich auch die Eltern zum Singen bringen. Und ja, das macht immer am meisten Spaß eigentlich, wenn gemeinsam gesungen wird. Was bedeutet für dich eigentlich Weihnachten? Wie verbringst du das Fest? Also ich bin ja wirklich ein bekennender Weihnachtsfan. Also ich liebe Weihnachten. Ich höre schon im Oktober Weihnachtslieder. Ab November werden Kekse bei uns gebacken und Plätzchen gebacken. Wir stellen natürlich zu Hause in der Familie Adventszweige auf und einen Adventskranz hängen wir auf. Wir basteln mit den Kindern natürlich auch Weihnachtssachen. Für mich ist natürlich Weihnachten auch immer ein Stück weit Arbeit, weil ich in der Adventszeit immer auch auf Tournee gehe, in meiner Weihnachtstournee. Und ja, da habe ich manchmal relativ wenig von meiner Familie. Aber dafür nehmen wir uns im Januar etwas mehr Zeit und machen meistens auch etwas Urlaub dann. Ja, ich denke, Weihnachten ist ja ein Fest der Liebe, ein Fest der Freude. Aber Weihnachten lebt von den Themen wie Nikolaus, wie Weihnachtsmann natürlich, von winterlichen Themen wie Schnee. Da gibt es bei mir eben die Schneefrau oder die Schneeflocken, die hüpfen, ein Weihnachtsmann, ein Mambo. Viele Ideen kommen da von den Kindern auch, mit denen ich mich unterhalte, mit denen ich spiele. Da kommt sehr viel, aber auch, ja, manches kommt einfach so angeflogen. Vielleicht so wie der Weihnachtsmann mit dem Schlitten angeflogen kommt, so kommt es bei mir manchmal auch angeflogen. Mögen eigentlich Kinder Weihnachtslieder noch so richtig? Auf jeden Fall. Also das ist so, dass Kinder wirklich in Weinkonzerten sehr, sehr gerne mitsingen. Ich habe ja in meinen Konzerten immer auch traditionelle Weihnachtslieder dabei. Also zum Beispiel Stille Nacht, Feliz Navidad oder Jingle Bells, um da einige zu nennen. Kinder singen da wirklich sehr, sehr gerne mit und hören aber auch die neuen Lieder natürlich. Was ich eher zu kritisieren habe, ist, dass Weihnachten mehr und mehr natürlich wirklich zum Konsum ein bisschen verkommt. Es gibt immer mehr Geschenke, immer mehr wird den Kindern auf den Gabentisch gelegt. Das finde ich nicht so schön. Also ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Wir konnten auch mit kleinen Sachen spielen und da war eben, wenn wir durch den Wald gegangen sind, da haben wir Steine gesammelt, da haben wir Blätter gesammelt, da haben wir Zweige gesammelt und Äste gesammelt und haben uns daraus dann ein Abenteuerschiff gebastelt. Heute muss es dann gleich ein Abenteuerschiff von Lego oder Playmobil oder was weiß ich auch sein. Ist es für dich was ganz Besonderes, die Kinder an Weihnachten zu erfreuen? Ja, also Weihnachten finde ich schon etwas ganz Besonderes für mich, weil gerade zur Weihnachtszeit eine ganz besondere Stimmung im Saal ist. Es ist ein bestimmter Zauber einfach und mir persönlich macht es natürlich sehr viel Spaß, die Weihnachtslieder zu singen. Gerade in den Konzerten muss ich dann nicht die Hits singen, sage ich mal, was heißt muss, aber wenn man das ganze Jahr über das Singe der Känguru singt, der Gorilla mit der Sonnenbrille und Lollipop, Okidoki, Tanzalarm und jedes Mal auf der Bühne, da freut man sich natürlich, wenn man zur Weihnachtszeit einfach auch mal andere Themen anschneiden kann und vielleicht im Zugabenteil dann mal das Singe der Känguru bringt. Wie findest du denn die Stimmung in Saarbrücken? Ich habe Saarbrücken sehr gute Erinnerungen, also Saarbrücken ist ein tolles Publikum, die Kinder sind fetzig, sie machen toll mit. Der Saarländer an sich ist ja eher etwas trocken, wie man sagt, aber bei meinen Konzerten konnte ich das noch nicht feststellen. Es war immer eine Riesenstimmung. Bist du schon mal im Kinderheim oder im Krankenhaus aufgetreten? Ja, das habe ich schon mehrfach gemacht. Ich habe ja selber eine Aktion gegründet, Ein kleines Herz, wo ich mich um herzkranke Kinder kümmere, bin aber auch Kinderbotschafter bei UNICEF und habe schon öfter in Kindergärten, in Kinderkrankenhäusern gesungen, in Kinderkliniken gesungen. Und ich glaube fest daran, dass Musik wirklich helfen kann, kleine Kinderseelen zu heilen auch. Und ich glaube, es ist sehr wichtig, Musik berührt die Seele und ich glaube schon, dass Musik Mut macht und dass sie einfach auch positive Glücksgefühle auch auslösen kann. Und wenn meine Lieder dazu ein bisschen helfen können, dann bin ich natürlich eigentlich ganz glücklich. Ganz unbefangen, ehrlich gesagt. Also die kommen einfach angelaufen. Ich habe die im Fernsehen gesehen. Oder das ist mein Lieblingslied. Und zupfen mich am Arm. Hey, kann ich mal ein Autogramm haben? Also Kinder haben keine Berührungsängste. Sie sehen mich als Freund. Und ich bin auch der Freund der Kinder. Also das macht mir überhaupt nichts aus. Macht sehr viel Spaß, auch nach den Konzerten. Das Autogramm beschreiben für Leonard und für Silvia. Also das mache ich wirklich sehr gerne dann. Volker, was wünschst du denn den Kindern zu Weihnachten? Ja, ich denke, ich wünsche ihnen Fantasie. Ich wünsche ihnen Träume. Ich wünsche ihnen die Kraft, dass sie wirklich ihr Leben meistern können. Und ja, ich wünsche allen Kindern eigentlich auch immer ein Lachen auf den Lippen. Jetzt müssen wir uns übersehen. Vielen Dank.